so hallo meine lieben freundinnen und freunde der volksmusik herzlich willkommen zu let's play resident evil nummer 6 episode nummer 14 um akku geladen moment sekunde mein handy ich habe tatsächlich ein handy aber aber kein also nur so 1 ich habe ein handy mit dem kann man tatsächlich nur telefonieren das muss ich gerade wieder laden also so ein handy das nur das kann wozu es nämlich da ist nämlich telefonieren das muss ich gerade laden gut herzlich willkommen zu tage nummer drei tschuldigung das spiel ist es sind wir mal ehrlich hoppla sind wir mal ehrlich das spiel ist scheiße weil weil es ist zwar wahnsinnig schön gemacht also naja was heißt wahnsinnig schön naja es ist ganz nett gemacht und haben sich viel mühe gegeben und alles aber 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 du bist es hier dauernd video dauernd quicktime event und diese quicktime events du weißt erst am dritten versuchen normalerweise oder so netzwerkverbindungen verloren gegangen sein na gut aber jetzt da schaltet mein mein router startet glaube ich neue zum die uhrzeit oder aber ich bin doch sowieso offline wo muss ich hin kann man da nichts noch machen warte da ist bestimmt was drin aber kann nichts machen also herzlich ich will als spiel ist doch eigentlich da so ein bisschen rumwatscheln und sich alles anschaut und alles also und dann was halt ja was heißt rätsel lösen oder das kommen wir jetzt wo sind meine kollegin aber aber du hast ja keine chance irgendwas anzuschauen weil ständig muss so ein quicktime event und schnell weiter und es kommt also das ist doch irgendwie da durch kann man da jetzt nichts anschauen oder machen wo sind die kollegin ach da die heißt doch gar nicht rutscher oder also jetzt muss er jetzt ist oder rein nee warte durch drücken weil du musst darauf stehen durch drücken weil ich mich nur hier ausrufen weil du da die entscheidung des dinger aufschließen oder auch die Augen also wer bleibt nun mal auf die Augen oder auf den Kopf oder irgendwo auf Augen irgendwas die Fliege Teil 2 mit Jet Gold die Fliege Teil 2 mit Jet Gold Helena was ist los auf den Russel der zielt langsam zielt so langsam einfach einfach da hinschießen oder auf die Bämme äh wie lange naja bitte nicht anrufen warum ich so viel Munition hab bitte nicht anrufen AHHH die Luft ist rein dieser Humor dieser Humor in den Spielen ist schon äh die bisweilen ist die Ironie ganz schön ironisch jetzt komm wieder ein paar komm wo ich jetzt die Fliege ich bin jetzt gerade äh wutschig deswegen schiesse ich ah jetzt ist er da rein komm ich will die Pferdchen das Pferdchen hier Punkt 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 uh jetzt gehen wir lieber da rein komm gehen wir mal lieber weiter weil das hier ich hab hier hab hier hab hier so die leise Befürchtung dass wir da sonst das ist übel dieser Humor ah wir müssen zum Heliobacter ach zum Heliobacter Heliobacter das ist so ein Bakterius Bakterius Bakterium wo müssen wir ein Scheiße ja achso runter hoppla oh ne da kommen Kollegen oh ne der kommt ah jetzt kommt der wieder ah leck die doch am aaaah die grünen alle die oh ne mhm so Goldblumen die Fliege Teil 2 oh ne jetzt müssen wir da rauf die äh aha achso sowieso ah der schützt der sich schützt die Augen ah warte muss man da woanders hinschießen oder wie äh die au au ja was sollste denn da machen komm uaah das auf die auf die auf die Beine ah warte Beine komm 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 irgendwo hinschießen ah ne komm da wieder Geld geht nicht auf die Beine aah da hinten ist aah komm komm au 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 ne das war aber nicht ich oder war das ich jetzt nicht ah ne ja gut bitte bitte keinen Kommentar ach wo jetzt will ich jetzt weg oder doch mal ab den füßen ah ne was ich muss jetzt absorbieren auf den Kollegen ah ach auf den Kopf ja 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 mach ich mach ich ja kann die Kollegen nicht auch mal jetzt ziehst du aber der Kopf weg oder der Kopf ist weg ah da ist er ne ne ja der blö blud der blö blut blützer ab der blutzer Aber was anderes kann ich sehen, da sehe ich jetzt im Moment keine andere Möglichkeit. Warte, jetzt aber. Blitzableiter, was? Wo, Blitzableiter? Was für ein Blitzableiter? Ah, da war er, warte. Warte, da ist was, warte. Ah, jetzt Blitzableiter. Huh, hoppla. Blitzableiter, hatte ich das schon, oder? Gut, komm. Er heilt sich immer weiter, solange er an Leiden kommt. Wir müssen ihn irgendwie aufhalten. Äh, was jetzt, wo muss ich denn? Mit dem, mit dem Ding hin? Jetzt, warte, 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 warte. Au, nee, scheiße, jetzt. Oh, weia. Ah! Und genau. Jetzt muss ich wieder hinschießen. Oder muss ich wieder im Blitzableiter warten? Warte, ah, nee, ich muss noch mal den Blitzableiter. Und jetzt wieder dahin. Warte, rechter Trigger. Ah, nee, dem. Achso, dem rein. And now. Nee, das war falsch. X, nee, warte. Hä? Ah, nimmt der das dann? Und selber, oder wie? Weiß das irgendeiner? Jetzt nimmt er... Ah, nee, ich muss... Jetzt will ich noch mal den... Nee, Blitzableiter nehmen. So, ein Nüter. Ich muss ihn da machen. Ich war also... X, irgendwas. Was muss ich denn da machen? Besieben sie. Wo jetzt? Ah, warte. Ah, jetzt hinschne ich den Blitzableiter. Und now. Ah, achso, den muss ich noch mal reinhauen. Warte. Und now. Auch. Was? Ah, jetzt. Warte. Und now. Irgendwie. Ah, komm, ich muss ihn den hinhauen. Ah, jetzt warte. 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 Warte. Und dann? Wo muss ich den hinhauen? Warte. Da reinhauen, oder wie? Nee, jetzt hin. Ah, komm. Ich muss ihn da hinhauen. Oder wie? Irgendwohin tragen. Ein Meter. Warte. Ein Meter. Jetzt. Oder? Warte. 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 In der Cee. Wo denn? Wo, wo geht diesen hin? Irgendwo? Oh. Mich sind da reinhauen? Wo denn? Da? Asso, ne. Ah, es da rein... in so ein reinhauen? Dann nimmt er den irgendwann... Ah, warte ich. Irgendwann nimm... Jetzt nimm' da den, oder? Oder wie? Jetzt nimm' da den, oder wie? Und dann? Jetzt wie? Was muss ich denn da machen? Ich weiß das selber... Nee, den muss ich jetzt warten, bis er den nimm, Gott! Ich schütze da wieder die Augen... Ja? Was jetzt? Was ist jetzt hier denn der Ex-Pilzer-Gleifer? Jetzt... Warte, sind da den, oder? Er haut sich den rein, und jetzt... Jetzt ist er tot, oder wie? Nee! Jetzt ist ein Auge kaputt, oder wie? Nee! Ah! Und auch nicht... Ah! Und jetzt bin ich tot... Ach komm! Na ja, so, ich schaue gar nicht mehr... Mach ich gar nicht mehr... Viel Spaß! Was? Erreicht! Was? Bastard! Ach, Bastard! Zum Heli? Der Boden ist instabil! Wo ist der stabile Boden? Ach, da rauf jetzt, oder? Da rauf jetzt, komm! Na komm! Hoppla! Da rauf, oder? Zum Heli? Der Boden ist instabil! Zum Heli... Das ist der Heli... Jetzt kommt ein Quicktime-Event... Huch! Kollegin! Ey, hallo! Die hängt fest... Hat sich festgehockt... Mann, 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 Mann... Naja, ich sag nichts mehr hier... Komm, ich sag... Ich sag nichts mehr... Ach, da kommt einer... Ich sag nichts mehr... Ähm... Jetzt kommt die Fliege wieder... Das ist... Ein schönes Spiel... Oh! Mir wird schon die Hand gehen... Was müssen wir jetzt machen? Äh... Besiegen sie... Äh... Ich sag da, die müssen in den Heli rein... Kann man das einer erklären? Also, das nenne ich Spielspaß... Ah, ja, jetzt kommt er wieder... Achtung, wer baut sich zusammen? Spielspaß... Für die ganze Familie... Ohne Ende... Oh! Ohne... Hoppla... Gut... Äh... Ähm... Jetzt kommt er wieder... Achtung... Jetzt kommt er wieder... Achtung... Ach, das war der Obelisk... Spielspaß ohne Ende... Äh... Also, das Spiel ist so schön... Ich werd's gleich mal löschen... Unglaublich schönes Spiel... Also... Muss man jetzt mal... Kann man jetzt mal... Muss man nicht, aber man kann mal sagen... Äh... Was passiert jetzt? Quick-Time... Jetzt hält er's runter... Quick-Time... Für meine Schwester... Oh, oh... Ach... Nur die Schwester... Na los... Auf zum Hubschrauber... Witzig... Steigen Sie... Um den Heliobacter... Heliobacter... Das ist ein Virus, oder? Oh, der hat ein schickes... Schickes MG... Jetzt wird er abstürzen... Ne, da hockt einer... Ah, da ist... Was ist denn da? Puderdose... Das ist die... Schau... Das ist die Puderdose von der... Ada... Sag ich doch... Da ist... Sock die aber jetzt die Ada drinnen... Passowacht... Mhm... Schau ich... Schminkdüschen... Mhm... Mhm... Ja, da ist die SD-Card... Ja, hallo... Das nehmen wir doch... Aha... Da sind Fotos... Ähm... Beweise für Simons Schuld... F... Ferkelfotos... Von... Ey, da... Unsere Unschuld... Oh, Unschuld... Nix mehr Unschuld hier... Ich brauche das Recht... Ja genau... Ne, ne, das brauchen wir nicht... Ne... Das wollen wir gar nicht... Ne... Re5... War das... Meine ganz nette Kollegin... Äh... Jetzt kommt er wieder... Achtung... Achtung... Ähm... Bla... 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 Jetzt stürzt er ab... Achtung... Quicktime... Wie Mensch... Hallöle... Oh, die Konstanze... Hiebt hier den... Schraubhuber... Wie sie... Wie sie... Oh ne... Jetzt... Jetzt verlieben sie sich... Gründen eine Familie... Und... Leben glücklich... Bis ans Ende... Ihrer Tage... Also... Entschuldigung... Bis ans Ende... Ähm... Ja... Äh... Äh... Ach... Was? Ach, das war als Teil 1, oder? Ach... Komm... Oh ne... Das sind aber 4 Teile, oder? Warte... Äh... Das war jetzt der Leon... Das war jetzt mal eine komische... Inhaltsverzeichnung... In... Irgendwie... Inhaltsverzeichnis... Das war jetzt die Kampagne Leon, oder? Dann... Gibt's doch Kampagne Chris... Kampagne Jake... Kampagne Ada... Oh... Oh ne... Ähm... Oh ne... Das... Witzig... Oder? Kampagne Chris... Äh... Komm... Kä... Käme... Jetzt... Oder wie? Was soll... Wie soll denn das? Äh... Ein umfangreiches Spiel... Aufgeteilt auf jeweils... Fünf... Einzelne... Kapitel... Fünf... Eins... Zwei... Drei... Vier... Hä? Das sind nur vier... Leon... Chris... Jake... Ada... Sind doch nur vier... Äh... Achso... Auf fünf einzelne Kapitel... Die vier Kampagnen... Konzentrieren sich auf... Komm... Hat der Lösungsschreiber... Fünf Kapitel... Die vier Kampagnen... Konzentrieren sich... Ich glaub der nimmt Drogen... Damit... Bla bla... Durch diese vier Kampagnen... Findet... In den fünf Kapiteln... Komm... Der... Der hat irgendwie was... Äh... Bla... Ne... Äh... Eine wichtige Regel... Ihr müsst nicht immer kämpfen... Aha... Das... Was fällt... Wie sehr spannend... Äh... Warte... Entschuldige... Jetzt warten wir mal... Was der Abspann... Ja... Muss ich jetzt drei Stunden... Der dauert traditionsgemäß... Bei neuen Spielen... Länger als das Spiel selber... Ah... Hoppla... Kann ich da... Ja... Abbrechen... Warte mal... Ja... Pfff... Jetzt warten wir mal... Noch zwei, drei Minuten... Schauen wir mal... Was dann noch führt... Finde... Warte... Hm... Komm das war... Aber schau her... Da war jetzt die Hälfte... War Videosequenz... Äh... Gut... Weißt du... Da könnte ich mir auch einen Film anschauen... Ähm... Gut... Jetzt brechen wir mal ab... Jetzt... Hier komm... So... Das Dreck... Ding... Gibt das hier keine Sache... Ah... Jetzt aber... Aha... Na schau her... Wir haben einen Film... Das ist ja fast wie ein Fallout hier... Ah... Deborah Harper... Charlie Harper kenn ich... Deborah Harper... Ah... Jetzt kommt die Kollegin... Schau... Da hinten... Das ist die Konstanze aus 5... Uh... Warte... Muss ich lauter machen... Das ist die aus dem 5er... Die... Die andere... Die da... Ja... Oh... Oh... Die... Dankeschön... Wie schön... Oh ne... Man in Black... Jetzt... Beginnt... Nahtlos... We are the man in black... Der Präsident hätte das gleiche... Spaßlos... Alter... Da bin ich ja hochbeglückt... Das ist ja mal schick hier... Wahnsinnig schick... Hals... Wollen wir uns dem Team anschließen? Na... Das machen wir doch... Na ja... Eine Kleinstadt in West Virginia... Ähm... Sweet Home Alabama... West Virginia... Ah... Die Puderdose... Ja... Äh... Dann sagen sie ihr ein herzliches... Du mich auch... Von mir... Mhm... Wie sie... Frauen... Äh... Ja... Gut... Oh... Das ist ein Mercedes... Ja... Zwei Mercedes... Ja... Die man in black... Gut... Ähm... Das war... Die 6... Aber nur ein Teil... Oder... Sonst... Jetzt kommt der zweite... Die kommen... Sie... Was immer Ärger mit den Frauen... Habe ich freigeschaltet... Das hätte ich... Da hätte ich das Spiel gar nicht gebraucht... Es kann nun aus 8... Fafafaf... Hallo... Aus 8 wie ich... Na das wollen wir haben... Das machen wir jetzt... Kommt... Ähm... Dann... Äh... Äh... Sollen... Spiel... Beenden... Oder? Startspiel... Beenden... Und jetzt kommt die nächste... Kompakt, ne... Oder... Inhalt wirklich speichert... Jetzt kann ich aus 8 wie ich... Äh... Das wollen wir doch schon... Ja... Ähm... Muss ich jetzt auf... Spiel... Starten... Spiel... Starten... S... S... Szenario... S... 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 Szenario... Neuspiel Plus... Beginnen sie ein Neuspiel mit den... Dann... Hä? Was ist bei... Ach Kapitelauswahl... Äh... Fäh... Fäh... Ach... Komm... Äh... Ja... Wie gehen das jetzt? Äh... Wie wähle ich den Slot? Wie wähle ich denn den? Linker Ding aus... Ja... Wie wähle ich denn das? Freunde... Äh... Kann... Kein... Hä? Äh... 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 Ach... Da kann ich jetzt... Ah... Jetzt passt sowas... Ah... Äh... Die... Hat man die schon? Ne... Ist das was man hat schon weg oder wie? Hulige Hand... Kann ich nicht... Kaufen... Ach... Kauf... Warte... Ne... Ausrüsten... Ach... Ausrüsten... Äh... Rückstoß... Äh... Kritischer Treffer... Das hab ich doch aber schon, oder? Hab ich das nicht schon? Zombiejäger... Hebe ich... Hebe ich... Äh... Gut... Das mach ich irgendwann offline... Warte... Komm... Äh... Ja... Tut mir jetzt... Ja... Wir wollen... Na gut... Pass... Obacht... Ich schalte jetzt aus... Ne... Fähigkeiteneinstellung... Neues Spiel... Plus... Was ist denn bei Kapitelauswahl? Neon... Ach... Und jetzt... Äh... Ach... Leon haben wir schon... Und Einleitung haben wir schon, oder wie? Einleitung... Ada... Achso... Jake... Jake... Huch... Das ist der Jake... Chris... Ist der da... Leon haben wir schon... Das ist der Leon... Den haben wir schon... Dann müssen wir jetzt mit Chris weiter... Maken... Äh... Pass... Obacht... Ich... Jetzt schalte mal aus... Und... Und dann machen wir mit Chris weiter... Oder? Gell... Und ich tu mir vorher noch die Fähigkeiten überlegen... Gell... Okay... Herzliche Freunde... Warte... Gehen wir nochmal zurück... Okay... Danke fürs Zuschauen... Und Tschüss... Bis gleich...